Das Verhältnis zwischen Red Bull und Renault war ohnehin schon zerrüttet, doch jetzt brennt richtig der Baum. Der Ausfall von Max Verstappen beim großen Preis von Ungarn bringt Red Bull richtig auf die Palme, ich habe keine Leistung, funkte der Niederländer, bevor er seinen Bulliden bereits nach 5 Runden abstellen musste. Das ist doch ein Scheißwitz, jedes verdammte Mal, fluchte er. Insgesamt 5 Mal war das Wort, Fack zu hören oder eher nicht, denn der Funk ging nur zensiert an die Öffentlichkeit, es wurde viel gepiepst. Es ist schade, dass sie es ausgepiepst haben, denn es wäre besser gewesen, wenn es erlaubt gewesen wäre, sagt Verstappen und zeigt damit ganz deutlich, wie die Stimmung zwischen Rennstahl und Motorenpartner derzeit aussieht. Dabei kriselte die Ehe in den vergangenen Jahren schon häufiger. Doch zuletzt nahm der Stump noch einmal mächtig Fahrt auf, in Hockenheim musste Daniel Riccardo nach einem Motorwechsel von ganz hinten starten, doch Renault verweigerte Red Bull den Tausch weiterer Elemente, weil man glaubte, sie seien noch gut, prompt fiel Riccardo im Rennen mit einem weiteren Schaden am Motor aus. Horner mit Attacke auf Abitaboy bei Red Bull war man über die Strategie Renault alles andere als erbaut und musste nun im Rennen den nächsten Rückschlag hinnehmen. Wir glauben es lag an der MGU-K, sagt Red Bull-Teamchef Christian Horner und macht seinem Ärger Luft, wir bezahlen viele Millionen Pfund für diese Antriebe, für diese moderne Technik. Und dann kann das einfach nicht wahr sein. Das ist frustrierend, so der Brite. In Anlehnung an die jüngste Strategie von Renault-Sport-Chef Cyril Abitaboy, der die Entscheidungen des Herstellers verteidigen musste, legt er nach, Zürich kann jetzt nach Entschuldigungen suchen. Pikant, das war ein direkter Angriff auf den Renault-Verantwortlichen, der während des Rennens live auf Sky Sports F1 und somit auch über viele Accounts bei F1 TV Pro zu hören war. Max Verstappen hatte derweil nach seinem Ausfall so richtig die Schnauze voll, total scheiße, sei es, dass wieder der Motor hochgehen musste. Mehrfach verwendet er das Schimpfwort im Zusammenhang mit Partner Renault und zieht über den Antrieb her, wir sind vom Motor her viel zu langsam, es ist keine Leistung da, und die Zuverlässigkeit ist auch scheiße. So sollte es nicht sein, holtert er. Urlaub versaut auch mit seinem Team wollte er kurz nach dem Rennen nicht sprechen, es ist mir egal am Ende, winkt er wütend ab und freut sich so gar nicht auf die nun anstehende Sommerpause. Ich hasse es, wenn die Leute sagen, Pech gehabt, jetzt genießt den Urlaub, meint er. Mit Sicherheit werde ich die erste Woche aufgrund des Rennens nicht genießen können, in der Sommerpause dürfte es zwischen Red Bull und Renault einiges an Klärungsbedarf geben, doch ganz schuldlos sieht Ex-Pilot Christian Dana den Rennstall dabei auch nicht, da schiebt permanent seit Jahren einer dem anderen den schwarzen Peter in die Schuhe, meint er. Renault sagt, Red Bull habe es falsch gemanagt und da gebe es zu wenig Kühlung und Platz. Und sonst was alles, was verkehrt ist. Und Red Bull sagt halt einfach, der Motor hat keine Leistung. Der Motor hat keine Leistung. Der Motor ist unzuverlässig, ich glaube, wenn wir einfach nur hinschauen, sehen wir, dass das mit keiner Leistung wahrscheinlich nicht stimmt. Aber so gut wie Ferrari und Mercedes sind sie halt nicht so da nah weiter. Doch beide Parteien wissen zumindest, dass das Verhältnis schon in Kürze beendet sein wird, denn die Wege trennen sich nach der Saison definitiv. Untertitelung des ZDF für funk, 2017